Boing, 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 ist wie so ein Flubi. Wenn da kein pinker Streifen mit einem goldenen Sternchen drauf ist, dann nehme ich die gar nicht erst in die Hand. Svenja baut Mist und ich muss das ausbaden. Vielen Dank dafür. Und damit herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Alter, das geht mir so auf den Sack, Alter. Come on, check me out. Ich weiß jetzt endlich, wie sich das anfühlt, mit mir in einem Raum zu sein. Xenia ist der Claptrap, ist es bestätigt. Ja, ich bin jetzt gerade self-aware. Was haben wir alles für Quests? Ich muss mich noch mal auf den neuesten Stand bringen. Wir haben richtig viele Quests. Hä, was ist das? Ein kleines Vieh, das siehst du doch. Hä, den habe ich ja noch nie gesehen. Habe ich schon ein paar Mal drauf hingewiesen. Der war so winzig. Vielleicht soll ich nicht Größen schämen. Ich bin ja selber small. Ich wollte gerade sagen, das letzte Mal musste ich mich auch richtig verkneifen, zu sagen, Xenia in real life. Oder halt die Schnauze. Ich muss dir wieder nicht das Geld mitnehmen. Ach, Geld. Ich habe 25.000 Dollar auf der Bank. Was jucken mich da 44? Tschö. Jetzt hat Svenja ein Rotes gemacht. Dann mache ich hier das extra pink, damit wir in die Farbe rumfahren können. Was bist du? Ich habe gedacht, dass... Oh, okay, okay. Ich habe gedacht, ich bin bei ihr eingestiegen. Was für ein rotes Auto sieht man aber das Blut da nicht sehen. Ja, lol. Aber das will man doch sehen. Das ist der Akzent. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass ich die ganze Zeit mit den Raketen schieße, weil wirklich jedes Mal, als ich gedrückt habe, eine Rakete kam. Und zwar genau dahin, wo ich hingeschossen habe. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber... I'm crazy like that. I don't know. Guck mal, die verschiedenen... Was ist das? Die verschiedenen Farben haben sogar verschiedene Designs. Was passiert hier? Ich bin ausgestiegen. Ich suche den Tagebuch ein. Ich habe mich gerade erschreckt. Ich dachte, das war ein Gegner, Alter. Oh, mein Gott. Oh, ich glaube, ich habe irgendwas überfahren. Das ist doch gut oder ich. Ah! Da stirbt einer. Vorwärtsgang und drückwärtsgang. Ich stirb doch nicht. Alles geplant hier. What the fuck? Was hat mich jetzt erwischt? Wo respawn ich denn jetzt? Die ganze Zeit, die Komis sind Hunde. Ich konnte hier einfach jeden teleportieren, weil das Auto hier ist. Hier liegt doch genug rum. Ja, aber nicht für meine Waffen. Das bezweifle ich irgendwie. Die ganze Zeit, das Auto von links nach rechts... Alter, mein Auto. Da rennst du schon wieder mit der Pistole drauf zu. Ich habe keine... ... für gerade mit Money. Aber guck mal, die Autos haben richtig andere Designs. Dieser Rote hat zum Beispiel so einen Haikopf. Während das Pinke irgendwie so einen komischen Stern oder sowas hat vorne. Ja. Let me go in. Was machst du mit meinem Auto? Okay, okay. Ich habe dich umgefahren. Oh Mann. Kommst du da weg? Das ist die Rache von letztes Mal. Oh Gott. Oh Gott. Aua. Jetzt kannst du das immerhin umdrehen. Ja, interessiert mich das, dass die heulen in der Dusche ist. Alter, das ist mein Alltag. Geh weg. Ja, vielleicht solltest du auch Tagebuch führen. Ganz ehrlich, diese Tagebücher sind weird. Das sind halt Tagebücher. Relatable, I guess. Ah! Das ist nicht der Zeitpunkt, uns gegenseitig übernaufen zu fahren. Ich glaube, wir müssen hier rein. Kann ich hier hochfahren? Was ist das für ein Typ? Wie kann der 20 Raketen ins Gesicht abhalten? Okay, ich bin drin. Oh Gott. Das ist ein Tarsball. Du solltest da nicht einfach reinrennen. Das sind gefährliche Leute hier. Ist hier irgendwo Sniper-Munition? Nein, das ist nur Pistolen-Munition. Oh, hier ist eine Waffenkiste. Mit zwei Shotguns, na super. Kann ich die überhaupt ausrüsten? Erforderliche Stufe 25. Das ist doch auch fast sowas wie ein Scharfschützengewehr. Es kann auf jeden Fall sehr nah heranzoomen. Warum haben die alle so viel Leben? Oh Gott. Oh Gott. Da kommt einer angerannt. Nein, warum holst du den zu uns? Den kriegen wir gar nicht kaputt. Lass den mal schön da oben stehen. Ich bin nur weggerannt. Das sagen sie alle. Weggerannt. In die Menge. Ich hab beide am Sterben. Nein, mir geht's wunderbar. Ich zünd den jetzt einfach an. Der brennt nämlich sehr gut. Dann geht der langsam kaputt. Jetzt kommt der hier rum. Was machst du denn da? Ich hab keine Munition. Ja, aber warum hast du denn... Der war der so schön Fiskart. Jetzt kommt der zu mir. Ich hab keine Munition. Ja, aber warum bist du denn zu dem hingegangen? Das ist kein Grund zu ihm hinzugehen. Aber der sah so nett aus. Brenne. Brenne, du Schwein. Na guck mal, da vorne sind Automaten. Wir machen jetzt einfach folgendes auf bei den Automaten. Jeder kauft sich von jeder Waffe einfach volle Muni. Dann sollte er eigentlich nur noch die Muni droppen, die uns fehlt. Sieht das so? Ich hoffe mal. Wer schafft mehr Bounces auf ihrem Kopf? Ich will gar nicht wissen, was ihr macht, ey. Boing, 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 boing. Bist du schon mal auf einen anderen Spieler draufgesprungen? Ja, muss versehen bestimmt. Das ist halt keine Kontrolle mehr. Boing, 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 boing. Ach, der Geist, der Geist. Boing, boing, boing. Das ist wie so ein Flubi. Das ist eine Kampfarena, da müssen wir gleich rein. Dann geht das Tor zu und dann wird gekämpft. Oh, wir müssen da rein. Wie verbrachten, ey. Du hast eine Goldene, die hat irgendwie... Ah! Geht irgendwas mit einem Streifen da, der am Leuchten ist? Das ist ein Feen. Meine andere Waffe ist auch gelb. Ach, guck mal, die hält das auch. Ja, das ist ja das SMG. Die Waffe passt auch nicht zu dir. Das ist einfach so ein kleines Ding, das du da in der Hand hältst. Äh, wo seid ihr? Ach so, da. Das ist klein? Das müsstest du mal an deinem Charakter sehen. Das ist so richtig winzig. Ja, aber ich kann ja leider nicht. Ich sehe nur das merkwürdig aus. Dein Arm ist halt einfach doppelt so groß wie die Waffe. Also bei mir sieht das nicht so aus, aber naja. Ja gut, alle rein hier. Das ist... Auf geht jetzt in die Kampfarena. Mach's Maul auf. Ich hab schon wieder keine Munition, Alter. Was geht hier ab? Wie viel verballerst du denn? Keine Ahnung. Einfach draufballern. Das ist alles... für die eine Waffe. Es dauert Ewigkeiten, bis die auf dem Boden liegen. Oder tot sind. Immer schön auf den Kopf ziehen. Ich kann nicht spielen. Das ist mein Problem. Naja, einfach... Ihr seht ja das Fadenkreuz, wenn der Kopf davon in der Mitte ist. Ja, aber... Ja, zielen ist aber... Die bewegen sich ja auch noch. Oh Gott, oh Gott, da ist schon wieder so viel. Oh Gott, was ist das? Oh Gott! Aha. Oh, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ui. Ich sehe einfach nichts. Alles ist grün. Einfach eine Granate reinwerfen. Und noch eine. Weil er einfach, während ich auf dem Boden liegt, noch drauf. Ich glaube, ich habe sie erwischt. Eieieiei. Okay, ich kann meine neue Waffe ausrüsten. Der Revolver, der wird den Tag retten. Ich habe keine Muni. Der Revolver macht ordentlich Schaden. Oh, das ist jetzt das. Was? Ich habe nicht genug Muni für das. Er ist weg. Also, der Revolver ist super. Vielleicht ist das auch das Problem. Wir brauchen einfach besser Waffen. Da oben ist einer. Ich snipe den einfach mit meinem Revolver weg, sag. Ich dachte, du bist Sniper. Ja, bin ich auch. Der Revolver hat Zoom. Vielleicht sollten wir einfach alle Scharfschütze spielen. Dann gibt es ja nicht genug Munition, also. Von daher. Dann gibt es nur noch Munition davon, wenn wir das alle haben. Echt? Also, ich meine, das Spiel guckt schon ein bisschen, was für Munition fehlt und geht danach. Oh, fuck. Ja, ja. Wir sind alle gleich tot. Der eine Typ. Der hat auch eine Schockwaffe ist das Problem. Der hat uns die ganze Zeit die Schilde zerfetzt. Los, Bloodwing. Warum kommen da die ganze Zeit so fette Typen raus? Dass nochmal andere rauskommen. Und warum machen die überhaupt so viel Schaden, obwohl sie 10 Kilometer weit wegstehen mit ihrer Shotgun? Das ist unfair. Also, ich kann Revolver-Munition mal aufsammeln, weil ich ja voll damit bin. Holy shit. Das Ding hat aber nur zwei Schuss. Also, die Revolver sind hier anscheinend echt nicht schlecht. Das Problem ist nur, das Ding wird, das ist so ein Bosskiller. Wir bauen eine Sniper-Rifle zusammen. Ist das nicht wunderschön? Ist wieder so ein kleiner. Wo bin ich denn jetzt? Er hat keinen Kopf mehr, jetzt ist er noch kleiner. Wunderschön. Dann sind die schon alle tot. Ah, ich bringe euch alle um. 10 Jahre, sie sind nicht schon alle tot. Mann. Dann macht das doch früher. Das ist das Revolver-Ding. Na ja, das ist gleich wieder voll. Ist jetzt bei der Hälfte. Der ist gleich wieder voll. Aber trotzdem. Siehst du, dann kannst du es doch jetzt gleich beim Boss benutzen. Der rennt hier nämlich irgendwo rum. Aber ich sehe ihn nicht. Hä, der müsste genau hier sein. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu spät gekommen. Das ist sein Skeleth. Oi, oi, oi. Läuft er hier vielleicht... Läuft er hier generell rum? Da ist er doch. Da sind sie beide. Na, klasse. Einer? Gibt es zwei? Ja, ist ein... Was passiert hier? Feuerding. Aua! What the fuck? Wo kommt ihr her? What the fuck? That's what you get. Ah, von hinten kam auch noch welche. Holy shit, ey. Ich bin schon wieder da. Was passiert hier? Das ist gar nicht gut. Unser Tank ist weg. Ja, schön. Komm, könnt ihr mir den Gefallen tun? Warum bleibst du stehen? Ich glaube, wir kriegen da keinen Schaden rein. Es sei denn, die machen wirklich den Mund auf. Auch gemerkt, dass meinen Boxen nichts hilft. Das Ding brennt auch. Ich glaube, da sollte man auch nicht so nah dran. Ne. Ich hau den einen Typen jetzt um. Aua. Wo hänge ich denn hier fest? Hier ist doch nichts. Komm zu mir, Baby. Bleib stehen. Ich habe bei gar keiner Waffe mehr Munition. Ja, same. Ich glaube, das brechen wir ab. Ne, wir brauchen unbedingt bessere Waffen und müssen wahrscheinlich auch erstmal auf deren Level kommen. Oh nein, jetzt sind die überall... Hier kommen die nicht rein, ne? Doch, 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 doch. Die kommen. Scheiße. Einfach schnell Munition... Kann ich von hinten Munition kaufen? Ja, kann ich. Okay, Revolver-Munition. Ganz viel. Okay. Klappt die einfach kaputt? Das geht natürlich auch. Wie ich durchdrehe, Alter. Oh, jetzt hat mich jemand auf Discord. Ich kann da jetzt nicht hin. Nein, was schreibt mir jemand? Ich kann gerade nicht, du Scheißpenner. Geh weg. Ach, hi, Mom. Du weißt genau, ich will das bringen. Ich wollte gerade aussteigen. Ich höre nur so klöng, klöng. Hey, eine neue Sniper-Rifle. Hat einer von euch jetzt zufällig eine bessere Sniper-Rifle bekommen, die so 200 Mal besser ist als die, die ich bekommen habe? Da ist was für Xenia. Was? Die verkaufen hier im Waffenshop gerade eine Bazooka. Oh, shit. Let me see. Ich habe eine Bazooka. Jetzt können wir uns nochmal mit den Viechern anlegen. Mit 25 kann ich das erst machen, ey. Boah. Ja, aber ich weiß nicht mehr, ob die so gut ist. Ich glaube, die ist richtig scheiße, weil sie so eine hohe Level-Begrenzung hat. Ich kenne mich mit Waffen nicht aus. Die sehen für mich alle gleich aus. Ich gucke nur nach den Farben. Ich suche meine Waffen nicht nach dem Schaden aus, sondern nach dem Aussehen. Wenn da kein pinker Streifen mit einem goldenen Sternchen drauf ist, dann nehme ich die gar nicht erst in die Hand. Das meine ich gar nicht, aber ich verstehe nicht. Es gibt wahrscheinlich echt so welche. Wer hat dieses Auto hier so geparkt? Das kann man doch gar nicht mehr wegfahren. Ich gucke halt nach dem Aussehen. Also ich gucke wirklich, ob die cool aussehen oder nicht cool aussehen. Ich weiß nicht. Warum sieht bei dir alles so klein aus? Warum hältst du jede... Ich so riesen... Warum hältst du eine scheiß Bazooka in einer Hand? Ich weiß nicht. Ich sehe es ja nicht. Ich sehe es ja nicht. Ich habe zwei Bazookas. Eine in jeder Hand. Das ist doch völlig normal. Granate. Ich wollte doch weg. Was passiert hier? Bei dir. Holy shit. I'm stuck. Hä? Shit. Was ist denn da? Keiner von uns darf sterben, aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, ich bin im Chat, deswegen kann ich mich nicht bewegen. Na ja, hatte ich gerade auch, ey. Voll nervig. Ich renne einfach hier durch die Gegend. Ich seh nix. Ich hab dich, keine Angst. Nein. Keine, ich bin hängen. Nein. Ich konnte nicht mehr vorbekommen. Von wegen, Alter. Von wegen, du hast mich. Xenia, wie sieht es mit deiner Fähigkeit aus? Jetzt wäre der optimale Punkt dafür. Der rennt ja weg von mir. Ich weiß, ich weiß halt nicht, welches wir machen können. Ansonsten müssen wir zum Safe House, weil das ist doch die niedrigste Quest. Das ist für Level 14. Die anderen sind alle für Level 15. Ah, diese Säure, die hier sind so ätzend. Kaum sprichst du das aus, kommt da direkt ein großer. Wo läufst du denn hin? Das ist wirklich nicht mehr weglaufen, das ist reinlaufen. Ich bin nur weggerannt. Wenn ich Panik hab, und wenn ich Panik hab, laufe ich einfach. Das ist schlecht. Okay, time's up. Let's do this. Leeroy! Nn-J-Cast! Oh mein Gott, he just ran in. Lauf gerne in so Teile rein. Wie schlecht sie geworden sind. Oh! Alter! Wer hat mich dagegen, wer war? Alle Dekor! Ich... Ich habe auch! Ja, aber seiner ist stärker, habe ich das Gefühl. Oh ja, auf jeden. Ah, hier ist ein Munitions-Auffrischer. Das ist doch mal nett. Alles ist wohl, Rifle. Das ist ein Revolver-Ding. Ich bitte euch. Auch. Ich brauche es. Ja, ich auch. Hier oben ist eine Waffenküste. Komm schon! Shotgun und SF... What the fuck ist das für eine Shotgun? Die kannst du nehmen. Die hat nur einen Schuss. Die streut dich. Och, oh, viel mehr Munise. Nicht vor diesem Typ entstehen! Bleibst du weg hier! Die hauen dich um! Die sind muddelig aus! Ja, aber die Nahkämpfer, die sind mega gefährlich, wenn die an dich rankommen. Hey, what the fuck? Ich habe ihn doch nicht gesehen. Ich bin blind. Trägst du deine Brille? Ja, natürlich. Das macht mich nicht weniger blind. Ja, natürlich. Oder warte schon mal. Nee, ich habe nur nicht gesehen, dass ich meine Brille nicht trage. Okay, Leute, keine Angst. Die hier sind freundlich. Ja, wir haben uns auf eine Feuerpause geeinigt. Nein, ich habe angefangen zu schießen. Das ist doch ganz normal, dass die dann auch schießen. Warum hast du das dann getan? Ist das hier wieder Bosskampf, die ganz... Sieht so aus. Auf jeden Fall kommen hier wahrscheinlich gleich Gegner. Ich würde sagen, aus dem... Ja, keinen Bock. Von wo? Die sind ins Loch gefallen. Warum müssen es Psychopathen sein? Oh Gott, oh Gott, von beiden Seiten. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich komme nicht weg. Sehr schön. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen verwirrt, weil hier... Warte mal. Mehrere Wege und so. Ich glaube, wir müssen sowieso gleich nochmal zurück, weil wir irgendwie das Reparatur-Kit brauchen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt eben machen sollten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil ich glaube, da vorne geht es gleich mit dem Bosskampf los. Angeblich wird es genau hier angezeigt. Hier irgendwo? Das wäre hier so der perfekte Ort, weil... Aber ich sehe es nicht. Das ist genau hier. Ist das seine Kiste? Kann man die Kiste wegmachen? Ach, da oben! Kommt man denn noch hoch? Oder kann ich das von hier unten einfach greifen? Ah, da. Ich hab's. Okay, auf geht's. Wir haben mehr Trage-Kapazität. Das sieht sehr nach Bosskampf hier aus. Also ich komm hier nicht mehr raus, außer in die Bosskampf-Arena. Der Raketenwerfer. So in einer Hand. Auf geht's. Kein Bock. Oh Gott, der läuft schon. Wie, keine Cutscene? Was soll das denn? Der kommt einmal schon angerannt. Alter, ich bin voll in so ein Dings reingerannt. Das solltest du nicht tun. Der wirft Granaten. Holy shit, der wirft... Ah, der wirft ganz schön viele Granaten. Keine Sorge, ich hab den Boss voll im Griff. Ich bin ja wieder geblieben. Was? Ding. Der wirft Granaten. Aber er ist tot. Er hat einen Sniper gedroppt. Aber die ist richtig schlecht. Und eine Pistole, die ist auch richtig schlecht. Für Level 2! Die Sniper für Level 5. What the fuck? Ich kann's aber nicht mehr mitnehmen. Es steht nichts mehr zwischen dir und Sledge. Und wir sind in der Kammer einen Schritt zurückgekommen. Ich glaube an dich. Das ist schlecht. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube, wir sollten hier Vertrauen woanders reinstecken. Wir sind nur schon zehnmal gestorben. Alles gut. Ich meine, technisch gesehen sind wir unbesiegbar. Vielleicht hat sie das Vertrauen doch in den richtigen gesetzt. Wir können gar nicht sterben. Die Gegner sind gerespawnt. So schnell? What the fuck? Ah, Sniper. Warum sind hier so schlechte Sniper-Waffen? Die kann man nicht mehr verkaufen. Die ist nicht mehr 100 Dollar wert. What the fuck? Was geht überhaupt da unten ab? Ich bin gerade rausgeworfen worden. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Svenja wollte nur den Shortcut zum Ausgang nehmen. Wahrscheinlich. Natürlich. Die einfachste Methode abzuhauen. Ja, wenn sie jetzt hier da reinkommt, ist sie am Anfang. Das ist schneller als wir. Svenja, wo bist du denn jetzt hingelaufen? Also ich wollte jetzt zu eurer Pfeiler. Ja, aber wir sind doch zurückgekommen zum Anfang. Da mussten wir doch sowieso hin. Da sind wir jetzt auch. Also man merkt auf jeden Fall, wie die Level einen Unterschied machen. Weil wir sind jetzt nicht viel höher. Und die Gegner hier, die ballern wir jetzt einfach so weg. Von daher gehe ich mal davon aus, dass die Bosse auch einfacher sein werden. Aber ich brauche auf jeden Fall erst Munition, Sven. Aber du warst sowieso auch als erstes down. Ja, ich kaufe mich jetzt hier einfach voll. So. Ja, wie du meinst. Du willst hier keine Gratissachen vom Boden aufheben. Bist du ja nicht so gut dafür. Ja, das ist mir nicht fein genug. Die dreckige Muni, die da auf dem Boden liegt, die passe ich nicht an. Also viel mehr Schaden mache ich immer noch nicht. Aber erst mal die Kleinen töten. Nicht mal die Basuka-Häufe, ey. Der Boss hat gerade einen Menschen getötet. Nein, warum hast du jetzt beide wieder zusammengelockt? Wir hatten die doch so schön getrennt. Alter, das wird doch am Arsch geklebt, du. Eieiei. Schön getrennt. Jetzt habe ich nämlich beide an der Schnauze kleben. Nimm mir doch mal den einen ab. Guck mal, endlich versuch, den wegzulocken. Okay. Der klickt mir am Arsch jetzt wieder. Svenja, warum rennst du jetzt wieder ins Gegnerlager? Ich verstehe deine Motivation nicht. Weil ich heute die, was nicht wollte. Ja, dann renn doch irgendwo hin, wo keine Gegner sind. Die Sache, ich verstehe. Die Typen waren ja leicht töten. Ich hasse den Typen so sehr, Alter. Frage ist, kommt der jetzt zurück oder ist der gerade mit dir noch beschäftigt? Der ist noch mit mir beschäftigt. Okay, weil den einen haben wir gleich tot. Ich mach null Schaden. Was ist das? Machs Maul auf, Junge. Gebühr. Oh, so viel Geld verspendet, Mann. I feel that. Feuervieh, wie soll man das bekämpfen? Oh, jetzt sterbt ihr beide. Oh Gott, jetzt ist das andere Vieh hinter mir gegangen. Ja, der Feuerding, ne? Ja. Der eine ist tot. Wir sind jetzt beide down. Ja, aber der eine ist tot. Egal, wir können Munition auffrischen oder den zweiten töten. Ach nee, wir sind ja gar nicht hier. Nevermind, wir können keine Munition auffrischen. Also, von hinten in den Arsch geschossen kriegt's auf jeden Fall mehr Schaden als von vorne. Ist das stuck? Ja, weil da Panzer ist. Das hat jetzt ordentlich Schaden gesetzt, weil's das Maul aufgemacht hat. Oh, das ist stupid. Der hat mich mit seinem Feuer von hier oben getroffen, Alter. Oh. Geht er jetzt down, weil er im Wasser ist? Nein, nein. Ich hab ihn ein paar Mal in die Fresse geschossen, als er das Maul aufhatte. Ja. Jetzt hab ich aber keine Revolver im Mund. Komm, Bloodwing, schnub ihn dir. In dein Arschloch. Boom. Oh Gott, oh Gott. War doch gar kein Problem. War doch alles easy. Halt das Maul. Wir müssen uns jetzt nur noch zurückziehen. Können die Quests abgeben und dann können wir erstmal Pause machen. Oder, ich weiß nicht, wie sieht denn bei euch die Laune aus, bezüglich weiterspielen? Ich bin müde. Ihr willst du Pause machen? Nach dem Energy. Nach dem Energy. Die hat ein Tattoo. Der hat ein Tattoo. Du. Also dein Charakter. Auch auf der Titte. Ich wollte gerade sagen, sie hat auch Brüste. Du hast kein Tattoo, glaube ich. Oder? Bleib mal stehen. Nee, du hast nur Muskeln. Du hast überall nur Muskeln. Und sehr viele Narben. Aber kein Tattoo. Sind das Narben? Ist das nicht, äh... Wie heißt das? Die Adern? Ja, auch. Aber du hast auch Narben. Ja gut, keine Ahnung. Also du hast eindeutig Narben auch. Komm, mach ein bisschen und dann lege ich mich hin. Okay. Dann auf in die Arena wieder. Oh Gott. Oh nee, ich muss jetzt auch ganz schnell ins Bett. Ich weiß nicht, aber ich bin so kaputt... Oh, abstürzt oder was? Was ist hier los? Ach, guck mal. Ach, jetzt ist mir das Spiel gecrashed. So ein Zufall. Also ich hätte ja wirklich noch liebend gerne die Arena gemacht. Oh, schade aber auch. Ey, ich schwöre, das ist jetzt abgestimmt. Jedes Mal, wenn ich mit dir spiele, immer diese... Immer passiert, wenn irgendwas gesagt wird von mir so. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich irgendwas erwähne, das Gegenteil passiert. Ey, das ist einfach so. Ich habe nur 422 von 423 Leben. Warum kann ich das Medikit nicht einsammeln? Was soll das? Gibt es mir? Wir fahren einfach schon wieder weg, ey. Ich kriege die Krise. Wir stehen hier rum. Wir haben uns fünf Meter bewegt. Gerade wollt ihr wieder weg, wo ich was so gesagt habe, ey. Nein. Ich stand da einfach rum. Warum hast du eigentlich die Angewohnheit, immer genau dann zu schießen, wenn ich rechtsklick drücke? Wie machst du das? Ich weiß nicht. Ich denke wirklich immer, ich schieße. Und dann drücke ich nochmal und dann wundere ich mich so, hey, warum passiert denn jetzt nichts mehr? Ach ja, da sitzt hier jemand im Turm. Aber ist es wirklich so, ich habe die ganze Zeit nicht geschossen. Dann drücke ich einmal, dann kommt ein Schuss raus. Genau dahin, wo ich auch hingeschossen habe. Ah. Keine Ahnung. I'm psychic. I don't know. Hey, eine Sniperwaffe. Die ist aber schlecht. Nicht stehen bleiben. Das ist echt kacke. Wir können dich nicht wiederbeleben, aber wenn du stirbst, dann ist alles vorbei. Der Alfa. Ich habe sie. Lauf. Mach deine Fähigkeit auch an. Das ist einfach explodiert. Da. Ein Granatenpack, das nichts bringt. Todeskreis Finale. Level 18. Ja, das machen wir wohl nicht. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir einmal zurück, die eine Quest abgeben. I'm ready. Sehr gut. Sack. Hey, der hat überhaupt keinen... Der hat ja gar keinen Raketenwerfer. Ich bin gerade wieder ausgestiegen. Du drehst das Ding auf. So, es ist wunderschön. Ich will in die Hütte hier rein. Warum kann ich da nicht drüber fahren? Du hast das Auto geklaut. Hör doch auf. Was ist das? Der hat einfach einen Transformer gebaut, Alter. Das ist wunderschön. Optimus Pink, Alter. Optimus Pink. Heimparken kann ich total gut. Eine Fähigkeit. Jetzt hat sich unsere Fähigkeit verbessert. Das Auto sieht man sogar von hier aus. Ne, das ist so ein Artefakt, das man da einfügen kann. Mein Bloodwing zum Beispiel macht jetzt Feuerschaden. Los, Bloodwing. Was ist das für Level 17? Haben wir noch irgendein anderes? Holy shit. Das wird jetzt schwieriger, wa? Reaktion zweites Tor und drittes. Das ist aber für Level 17. Haben wir nicht noch irgendwelche anderen? Wir haben hier auch noch eine für Level 15. Wir haben auch noch eine für Level 15. Warum bist du denn weiter als wir? Wie, warum weiter vom Level? Ja. Du bist auch weiter als Svenja. Wenn man wen wiederbelebt, kriegt man auch ein bisschen Erfahrung. Ah, I see, I see. Aber das gleicht sich hinterher eh wieder aus, weil man hinterher für die Level so viel Erfahrung braucht, dass es hinterher kaum einen Unterschied macht. Immer wenn ich ein- und aussteige, ey. Von hinten. Ah, also ehrlich. The only way. Einfach von hinten. It's the only way, man. Das war eine Barrel Roll. Oh, Scheiße. Was ist das? In die Augen schießen. Sind das Hummer? Was ist das? In die Augen schießen. Ich farme Kristalle. Siehst du das nicht? Ja, aber du leuchtest immer so auf, wenn das passiert. Nee, das bin nicht ich. Das sind die Kristalle. Du rennst schon, du ziehst dich schon wieder in die falsche Richtung zurück. Da kommen noch mehr Gegner. Das macht deine Situation nicht besser. Ich knall einfach auf allen Sachen drauf, die aussehen, als ob sie noch leben. Alter. Jetzt war ich so schnell tot, ey. Wesse? Svenja baut Mist und ich muss, da darf es ausbaden. Vielen Dank dafür. Der steht fest. Dafür bist du da. Nein. Meine Güte, es reicht doch jetzt langsam mit den Viechern. Was ist denn noch? Verdammt, stehst du jetzt auf. Verdammt, steh doch endlich mal wieder auf, ey. Weiß ich doch auch nicht, was falsch wird mir sehen. Ich halte das aus. Oh, Granate. Granate halte ich nicht aus. Du solltest auch an die Seite gehen, wenn du gerade wiederbelebt worden bist. Ich mag das doch so gerne, tot zu sein. Oh Gott, was geht bei euch ab? Ja, lauf doch nicht rein! Wo läufst du hin? Okay. Sie ist tot. Sie ist auch absolut wahnsinnig. Ich dachte, das wäre einer von euch. Ja, wir schießen immer gerne auf dich. Hier vorne ist die Waffenkiste. Nutzt du deine Spezialfähigkeit, um da drauf zu hauen? Nein. Das klingt so. Das ist voll die Verschmärung. Das ist voll die Verschmärung. Das hört sich einfach so an. Der ist einfach ein alter Knacker. I don't know. Oh mein Gott, da ist noch ein Ding. Wenn ich treffe, dann macht es ordentlich Schaden, aber ich treffe halt so selten. Bewegen sich zu viel. Können die dich einfach mal stillhalten und sich töten lassen? Jetzt mal ehrlich. Jetzt reicht es dir aber auch mal langsam. Können die mal aufhören, nachzuspawn? Wie viele sind denn in dieser Hütte? Was haben die da gemacht? Clowns-Party? Gruppensex? Oh, oh. Was scheine ich? Scheine, ja. So wie die aussehen? Ich hoffe, ich gehe noch nicht im Weg. Wieso steht denn das auf einmal hinter mir? Ja, weil du weiter reingerannt bist. Du läufst eben, weiß ich nicht. Also, wenn du dich nicht bewegst, stirbst du. Das ist komplett logisch, aber irgendwie, wenn du läufst, dann läufst du immer in die falsche Richtung. Ich hab's nicht so mit Richtungen. Ja, aber das ist ja nicht so, dass es links, rechts oder sonst was, sondern es ist einfach nur von der Richtung sind wir gekommen und in der Richtung waren wir noch nicht. Und du läufst immer in der Richtung, wo wir noch nicht waren. Wie viele wollen hier eigentlich noch spawnen? Ist das überhaupt jemals ein Ende? Wunder. Ja, ich glaube auch. Was the fuck passiert? Das ist das scheiß Säurevieh hier. Einfach nochmal drauf schießen, um uns so sicherzustellen, dass er auch wirklich tot ist. Oh, wir haben hier Heilgranaten. Will jemand Heilgranaten benutzen? Kann ich dich damit bewerfen. Kann ich dich damit bewerfen? Hier, ich heil dich. Ich krieg doch eine Granate an den Kopf. Hören wir dann auf? Ja, wir können hier erst mal Pause machen. Und damit bedanke ich mich wieder aufs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet. Einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Borderlands. Bis dahin. Bye, bye. Bis dahin. 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 Bis dahin.